Zeitfahren ist vorbei. Wie ist es gelaufen? Unglaublich so schnell gefahren. Parcours war vorbei, so durch. Richtig super. Aber das war definitiv nicht mein Tag. Normalerweise ja, aber heute nicht. Schade. Aber morgen, sicher kommt. Sicher kommt der Tag, mein Tag. Wo an Lage ist, das Personal sind nicht gut vorbereitet. Ich habe gehört, der Busfahrer soll sehr speziell sein. Die Arschlöcher, die Arschlöcher. Macht alles gegen mich. Ich weiß nicht. Aber ich wechsle meine Schaf. Nie eine mitnehmen. Jetzt kommen ja auch bald die Alpen. Wie sind sie für die Berge gerüstet? Ich glaube nicht viel besser für Zeitfahren. Das heißt, der erste Tag und schon wählen sie mit der weißen Fahne. Die Hoffnung ist verloren. Ich weiß nicht. Ich glaube, die deutsche Mannschaft spielt viel besser als ich gefahren. Wir bedanken uns bei einem zerknirschten Zeitfahrspezialisten. Und hoffen auf Besserung in den Bergen. Die Bayern ist gut. Ich glaube, die Gäste. Ich bin spätig im Auftrag. Ich bin spätig im Auftrag. Ich bin spätig im Auftrag. Die Sendung ist auf Corona. Ich bin spätig im Auftrag. Wir kommen spätig im Auftrag. Bis zum nächsten Mal.